ja hallo und herzlich willkommen hier mal ganz kurz meine meinung zum thema wirecard das ist ja eine der umstrittensten aktien die letztendlich soweit ich weiß die commerzbank aus dem dax verdrängt hat vor einiger zeit und darauf setzen ganz viele deutsche die hoffnung ihr oder ihre hoffnung das war schon als ich beim live event war in münchen das war so im februar märz glaube ich bei diesen börsentagen dort da konnte ich mit vielen leuten auch älteren herrschaften mich unterhalten und wo ich eigentlich eher gedacht hätte ältere anleger sind eher konventionell aber bei der wirecard da war so ziemlich jeder mit dabei mit dem ich mich so unterhalten habe bei diesen ganzen vorträgen ich unterhalte mich da immer ganz gern und halten und halte eine menge small talk und das ist mir auch so ein bisschen in bedächtnis geblieben das ist jetzt nicht absolut hier meine branche obwohl das eigentlich so ein brückenkopf ist zum ja zwischen letztendlich bezahlungssysteme wo ich sehr wohl investiert in die die visa und master und und eben banken ja und das ist letztendlich unterm strich so wie ich das sehe ich bin in wirecard muss ich gleich dazu sagen nicht investiert ja und da wird auch ganz viel dagegen geschossen immer aus richtung irgendeiner rating agentur oder hedgefonds aus den usa ja kurzum ich mache es ganz kurz ich bin ja nicht investiert weiß ich nicht ob ich mich dazu entschließen werde dort mich zu investieren aber eines ist für eine steht doch fest es ist ganz klar eine konkurrenz oder eine sozusagen eine kampfansage gegen die etablierten bezahlungssysteme wie visa mastercard ja und american express und und was es noch alles gibt paypal und so weiter und die werden sich doch ihre butter nicht vom brot nehmen lassen ist doch völlig klar wenn es da irgendwelche black schwarzen löcher gibt irgendwelche ungereimtheiten oder was auch immer ja teilweise ist für mich die die das unternehmen einfach auch eine black box weil sie einfach keine wirklichen teilweise wirklich keine wirklich guten antworten haben zu den anschuldigungen die sie immer wieder bekommen gegenüber ihren bilanzen und was weiß ich alles ja wie gesagt mir ist es eigentlich die nicht wert dass ich mich da in dieser aktie oder dieses unternehmen richtig tief in die tiefe ein arbeite weil es ist mir viel zu frisch viel zu jung es ist sehr risiko behaftet und all diese themen und das wäre eigentlich gar nicht das sind andere aktien auch aber was hat er eben wirklich hinzukommt das ist die aktie letztendlich mit ihrem mit ihrem angeboten ihrer dienstleistung hat letztendlich eine kampfansage gemacht gegen die großen wie visa master und ich denke mal dass diese eben nicht die butter vom brot nehmen lassen das war so in der nutshell also in einer nur schale mal für mich analysiert das ganze und was mich betrifft persönlich kann es durchaus sein das ist meine persönliche meinung dass einfach eines tages dass sie einfach so lange dagegen feuern bis der preis hat einfach wieder absackt ja und zwar es gibt ja einige analysten die sagen naja alles jederzeit nachkaufen sobald das ding wieder hier auf 100 runter ist oder jetzt wie 114 115 jahr ist lohnt sich auf jeden fall ist eine zukunft sagt ja da 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 ich kann sagen meine für meine für meine das ist ja ein publicist kleines unternehmen im vergleich zu der markt macht die diese master und nicht sehr gut vorstellen dass die einfach da den preis und das ist dass die einfach wirecard also die großen aus den usa über ihre ganze über ihr ganzes netzwerk was sie da haben verbindungen zu irgendwelchen hedgefonds war alles mögliche die daneben diese diese schlechten news immer wieder bringen und diese recherchen machen und den preis einfach immer wieder drücken und drücken und einfach wirecard auch weiterhin das leben schwer machen werden so das ist meine meinung dazu und mit dem hintergedanken vielleicht eines tages wenn sie die wirecard eben irgendwann mal in die knie gezogen haben oder halt runter geprügelt haben ja lange genug ja dann zum billigen preis einfach übernehmen oder aufkaufen ich denke mal dass das natürlich ein relativ logischer strategische strategischer hintergedanke sein könnte und woher nehme ich diese weisheiten aus branchen wo ich jeden tag zu tun habe ja wie fahrzeugbau automotiv tech technologie ja da wo mit unserer sap die einzigste firma ist die sich letztendlich durchgeboxt hat ja und nicht auch um sich nicht aufkaufen hat lassen obwohl das das größte der größte anteil von sap mittlerweile der größte anteil des managements des von sap ist mittlerweile auch amerikanisch besetzt also dass das müssen ja viele auch gar nicht okay da will ich jetzt nicht rein hier geht zum wirecard und für mich ist es einfach ja eine sache mit einem satz zu sagen eine david gegen goliath sache situation und bei sowas werde ich mir sehr vorsichtig also ich würde nicht mal hier irgendwie derzeit 1000 euro investieren das ist aber nur meine meine persönliche meinung weil es für mich tatsächlich eigentlich wie ein spiel casino einfach dann nur ist ja also ich gehe in spiel casino und und setzt einfach 1000 euro auf irgendwas und fertig na und es ist es ist einfach unberechenbar und von daher so eine kleine black box auch sie schaffen es einfach nicht einfach ihre die anschuldigung die sie immer wieder bekommen zur gänze zu bereinigen und das spielt halt auch noch mit rein und ich meine die branche an sich ist halt ein bisschen dirty ja das muss man grundsätzlich wissen wenn man eben die nötigen die nötigen markt macht nicht dazu besitzt um seine seine sozusagen seine ja wie soll ich sagen das ganze zu zu abzudecken abzukommen ja dann wird man es eben schwer haben ja denn es gibt keine bank die nicht irgendwelche nicht irgendwie meiner meinung nach irgendwie ja ich will jetzt hier nichts falsches sagen irgendwelche lücken hat ja auch eine hsbc wir erinnern uns nur an hsbc ja die größte eine der größten banken überhaupt was die für geldwäschige alles gemacht haben ja und wie das aufgeflogen ist mit dieser mit dieser bolivischen mafia und so weiter gibt es einen riesigen dokumentation wir müssten hier nichts glauben ja schaut euch einfach die dokumentation auf netflix an highly recommendable am besten in englisch wenn ihr wenn ihr nichts dagegen habt einfach im original anschauen das ist unglaublich und mein gott die waren dann vor gericht in usa und alles und mussten ein bisschen strafe zahlen irgendwelche publiken summen und dann ist eigentlich nie was passiert ja und das ist einfach die branche und deswegen bin ich auch selten bis gar nicht investiert ich bin einfach nur in so bezahlungs reine bezahlungssysteme investiert wie visa master ich sage das immer wieder ich habe im ganzen leben noch keine einzige bank aktie besessen ja und tja so das war mein fazit zum thema wirecard weil einfach ständig diese 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 dieser hype um diese 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 aktie der halt ist auch verständlich ja sonst ein kleiner hoffnungsträger modern und zukunftsorientiertes unternehmen in im dax namen gibt es nicht so viele davon die zudem auch noch deutschen oder europäischen investoren dann auch noch gehört zum großteil auf jeden fall soll es das gewesen sein bis zum nächsten mal ich freue mich auf euch daumen hoch ja und erzählt mir doch mal jetzt seht ihr mir doch mal was über die wirecard denn ich bin ja nicht der wirecard experte ich wollte einfach nur meine meinung dazu geben und auch die begründung oder zumindest einigermaßen versuchen die begründung rauszuhauen warum ich dort hier bis jetzt noch mit keinem einzigen cent investiert war respektive in keinerlei bank aktien jemals investiert war ja also bis zum nächsten mal euer thomas klein ich freue mich auf euch ciao